Wir spielen eine neue Runde. Wir spielen eine neue Runde. Wer mich findet, ähm, bekommt was Interessantes. Oh oh. Gehen wir mal nach Yassinaya Polyana. Yassinaya Polyana? Ja, wenn du willst. Ja, und das sind die drei Häuser. Eins, zwei, drei. Lila, ich seh dich. Dann können wir uns gegenseitig Deckung geben und relativ gut looten. Und der Rest, äh, der macht halt dann die Ambo und der macht alle platt. Der Rest macht momentan gar nichts. Gut, Yassinaya Polyana. Ich springe seit dem Kind und her. Vorne an den Hochhäusern landen am besten und dann könnten wir uns vorarbeiten. Also ich folge jetzt mal... ...sortiert. Okay, ich folge Lila. Irgendwann diese Kramberger. Die große Krabbe, Leute. Ich muss nochmal... Ich muss nochmal einen Schallykill machen. Könnt ihr jetzt schon? Ich glaube, das ist ein Team. Gegner Team. Oh, nee, nee, nee. Alles easy. Das sind... Nee, das sind Bots. Das sind Bots. Ich bin exakt fast. Ich bin unter euch. Zack. Oh mein Gott. Das ist voll hier. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Wir haben endlich Action. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall Action. Also, ja. Das wird nicht... An Action wird es jetzt nicht mangeln. Ich darf nur da bleiben am besten. Warte, ich hab... Äh, Lila, bei dir ist einer im Haus. Bei dir ist einer im Haus. Wenn er kommt, wird er schon ordentlich beballert. Sehr gut. Ah, ich find's super, wenn du landest und gleich ein Achtfach da legst. Besser geht's auch nicht. Doch, wenn man... Besser geht's noch, wenn man ein 15-fach findet. Nee, ganz ehrlich. Mit einem 15-fach kannst du gar nichts machen. Auf die Distanzen schießt du sowieso nicht. Dieses blöde Haus. Ich geh in die Kirche, glaub ich. Bleib doch irgendwo bei uns in der Nähe am besten. Ich hab ne Schrotti. Ey, Schrottlinde ist übermächtig. Ja, vor allem, wenn's ne DBS ist. Ey, Schrottlinde ist übermächtig. Im... Im Haus. Da kriegst du jeden Blatt damit. Die beste Methode, um Schrottlinde zu üben, ist, ähm, Dings, ist... Wir müssen in die Zone... Scheiße, Leute, wir müssen los. Wir haben noch zwei Minuten, bis die Zone anfängt. Und ich hab keine geilen Waffen. Ich hab... Ich kann euch ein Achtfach-Scope hierher... Äh, da ist ein Achtfach-Scope, falls das andere will. Ja, ich... Äh... Äh... Ich spiel echt... Schon zu spät. Ey... Dafür hast du ne Auge. Wir finden schon eins. Voll ausgerüstet. Voll ausgerüstet mit allem. Äh... Mädchen soll ich's aufsammeln. Es sieht nach, äh... Ich hab kein Mädchen-Zeugs. Wenn ihr was seht, dann aufsammeln. Nicht... Herz zaubern, hab ich gesagt. Gut. Ähm... Ein Rucksack einzaubern. Halt doch da, es liegt einer. Oh, wolltest du das? Nö, nö, ich hab schon eins. Alles klar, okay. Ich such grad nach... Ich such grad nach meiner Mark 12, die ich hier irgendwo liegen lassen hab. Oh, ich hab deine Mark 12. Sag mal, Lila, war der Typ... War der Typ jetzt bei dir im... Äh... Im Haus oder nicht? Ich nicht. Der war weg. Auf einmal. Alles klar, okay. Er ist wahrscheinlich wieder rausgelaufen. Ich höre ein Flugzeug. Ich höre eine Granate. Naja. Das macht er immer. Also das beste Spiel, was ich hier hatte, war, als mir... Wer schießt? Mein Ding ist vor uns. Ballern sieben. Verrückt. Symbot. Hat jemand eine Barrel gefunden? Nö. Äh, nein. Nehmt Smokes mit, okay? Ich finde nur Blattgranaten. Äh, ich hab ein Extended Mag für den DMR. Falls einer... Hey! Nehme. Ähm... Hat andere Probleme hier? Was macht denn hier? Okay, warte mal. Jetzt müssen wir den erstmal hier... Manierenball bringen, den Dudes. Da vorne, da vorne. Bei mir. Bei dem Haus. Sind Bots, oder? Ich bin bei euch drin. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob der jetzt im Haus ist, oder außerhalb. Witzig, aber sehr bottig angehört, muss ich sagen. Aber jeder kann sich so verhalten wie Bots. Ja, das stimmt. Was auch denn, der kann sein, dass im Haus ist. Wenn der im Haus ist, mache ich mir jetzt... Ne. Da, da in die Richtung. Hinter dem Haus. Oh, die Flinte! Ich glaube, eine Schrotflinte sucht dich. Gut. Du, die... Hinter uns war auch noch ein Geballerin. Hä? Hast du? Sehr gut. Okay, alles klar. Hier wird jetzt aufgereimt. Wer ballert da hinten? Ich nicht. Bei uns. Leila, vor uns. Hier auch. Oh, Polizisten ausgegangen. Verkehr mal. Da, mach ihn fertig. Vor mir. Oh, da steht auch noch einer. The fuck? Loans. Wo, 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 wo? Er hat ne Spruganoff, wahrscheinlich warte. Hier liegt ne SKS. Er hat ne Druganoff. Also der da. SKS, ich komm. Nehmt Leila, spielt das Spiel die Drang und aufwendet. Wenn du die Chance hast, nehmt die Drang und auf die ist besser. Er hat keinen Bock auf Tragen. Er hat keinen Bock auf Tragen. Ey, wir müssen jetzt los langsam. Leute, wir müssen los. Hat irgendjemand ein Auto gesehen? Wir brauchen ein Auto. Leute, wir brauchen ein Auto. Wir müssen los. Warte, äh, äh, wo bist du seit, Burke? Da ist ein Auto, mitten in der Stadt. Äh, sofort holen. Wenn du los? Ich traue mich hier allein in die Stadt reinzulaufen. Ich glaub, da sind, da ist niemand mehr. Ähm, wo, wo ist es? Ne, das sind zwei. Oh mein Gott, okay, alles gut. Das ist ja echt krass. Was geht denn mit dem Game Up? Wo ist es? Wo ist es? Hä, wo ist es Auto, Leute? Jetzt mal im Ernst. Ach, da ist es, da ist es da. Ja, ja, ich seh's. Okay, alles gut. Der Rangalea da vorne, äh, da ist Dings, äh, Bauch. Was ist da? Komm, let's go. Guys, alle mal rein ins Auto jetzt. Soll ich fahren? Soll ich fahren? Mir wurscht, du kannst fahren, ja. Sehr schnell. Alle mal rein. Ich fahr' mich ohne mich. Okay, wir schießen nicht auf andere Leute Köpfe, okay? Also, äh, zumindest nicht, wenn sie in dem selben Auto sind. Ja, ich schieße sowieso nicht. Shit, wir müssen zur Brücke. Bender, wir müssen zur Brücke. Mach hier die Brücke. Mach hier die Brücke. Hab ich, hab ich, hab ich. Ähm, grüner, grün Nummer. Wir müssen außen rumfahren, rote Zone. Also, Leila, du schießt nicht aus dem Auto heraus, sonst ballerst du mich ab. Ich muss mich auch ausbüßteln. Du kannst ruhig ballen, weil du hast keinen, der bei dir rauskommt. Ich bin nur der Häuber für den Notfall. Wow. Jetzt ist es lustig. Das war eine coole Action. Ich habe jetzt voller Adrenalin. Ich habe... Ich finde es echt bemerkenswert, wie wenig Gegner wir trotzdem gesehen haben eigentlich. Ich wohnte noch ein bisschen Heilung. Wir sollten erstmal in die Zone fahren. Mist, ich habe keinen Verband. Shit, military base, Leute. Wir müssen in die military base. Da ist eine ungefähr. Da ist, glaube ich, ein ganzes Team. Vorsicht, jetzt sind wir auf der Brücke, Leute. Jetzt müssen wir aufpassen. Und driften. Ah, nee. Kein schöner Jump wie vorher. Pass auf, die können nicht rausschießen. Und driften. Lassen wir das Haus noch looten hier. Gut, 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 ich brauche. Lass mal stehen. Ja, bleib stehen. War hier nicht früher ein KFC oder so? Ja, das war früher. Gibt es nicht mehr, ne? Die KFCs waren eigentlich schon cool. Haben die die rausgenommen oder was? Da gibt es nicht mehr, ja. Ich höre ein Auto. Ich habe jetzt mal 5 Bandagen dahin gelegt. Lila, kannst du schnappen. Grüner Marker. Alles klar, ja, passt. Passt, passt, passt. Liegt nicht, wie es hier auch. Äh, liegt auf dem Balkon. Ohne BZ-Granate. Da liegen noch 4 Bandagen. Auf, du. Dank, dumm. Blendgranate. Erweiterstellzugriff für ARD. Sechsfach. Sechsfach. Bei dem man das 4-fach genommen. Das ist 6-fach. Keine Ahnung, ich habe es nicht. Ich habe es nicht genommen. Ich habe es auch nicht, aber wir müssen schon wieder weiter. Ja, ein paar Runden-Sauder. Ja, warte kurz, ich nehme noch kurz mein Medikid. Entweder du. Äh, okay. Du kannst bei mir mitfahren. Ja, ja, du kannst bei mir mitfahren. Ja, wenn du auch willst. Ich komme. Komm, wir fahren mit der Luxuskarosse hier. Solange du die beherrschen kannst, ist alles in Ordnung. Aber das Ding ist laut. Ich habe keine Ahnung was. Ja, ja, es hat nicht nur Vorteile. Es hat nicht nur Vorteile. Vor uns wird geballert. Das sind Ports. Ähm, lass mal hier reingehen. In diese Gebäude an der Militär Base. Aber das sind mit Sicherheit welche. Also jetzt Vorsicht, ne, wenn wir da reinfahren. Bleib stehen, damit wir erstmal von der Erfärmung gucken können, ob da welche sind. Dann können wir zuerst schneiden. Wer von euch schießt da die ganze Zeit mit einem Schally? Niemand. Oh, hier sind viele mit Schallys. Das ist ein Problem. Der wurde noch nicht gelootet, ganz ehrlich. Doch, die Türen sind offen. Oh, nochmal C4. Wer hat ne, also das warst du Bänder, oder? Was? Die Blendgranate. Ja, ich muss hier Blendgranaten werfen. Wäre cool, wenn du das vorher sagst, sonst kriege ich einen Herzinfarkt. Sag's nicht vorher. War doch lustig. Adrenalin. Adrenalin. Auf dem Dach ist es halt ein bisschen gefallen, denke ich mal. Egal. Gott, deine Stimme nervt. Wessen Stimme? hier liegt nur eine maus und skorpion ist top meine wieso habe ich die ganze zeit fünf moni dabei gehabt auf dem berg wird geballert ich sehe jemanden der läuft da unten so verdächtig nehmt smokes mit leute ich habe schon alles was ich will egal wenn die zone im haus ist es gar nicht so schlecht da ist eine sks was jemand eine will habe ich schon auch kann noch 2 oder gehörte dir den kannst du nicht ja ich habe einen dings ich habe ich glaube dass hinter uns sind keine bots leute am besten wenn alle sich gleichzeitig erschießen damit um die bots den letzten treffer machen bei dem sie sich heilen dann haben dann haben wir es toll mit den spielen nicht gut zu euch bereits und lila auf dem berg sind glaube ich tut was ich nicht ganz verstehe ist wieso die nicht runter kommen noch nicht das stimmt krate muss direkt über uns runter kommen eigentlich ok krate kommt an meinem marker runter blau türkis ich überleg mir die zu holen die krate ich würde es nicht tun jeder wird auf dich schauen ja du hast recht aber es sind glaube ich sowieso nur noch vier teams wenn da wollen wir es machen ja jetzt sind das gebäude da rein viel bisschen spaß haben die krate ist verlocken da können wir zumindest vielleicht auch gegner auflauern hier wie will ich okay warte mal also jetzt müssen wir echt jetzt müssen wir aufpassen leute jetzt und charlie für sr nicht dmr für nur sr charlie und wenn man schießt so ziemlich nah karabiner kabinett ich bin wenn er hier ist noch ein first aid gibt habe ich schon die sind links von uns sie sind an der krate glaube ich ja da waren so zwei dudes sagen wir haben so hinterm zaun gewartet und haben so gedacht ja sieben ich sag dich wird gleich mehr leben haben als ihr zwei kills ok irgendwas snipert auf mich da oben im turm ich sehe es ja ich sehe es ja er hat auf jeden fall ja da auf jeden fall jetzt der hat auf jeden fall jetzt Kopfschmerzen du keine trotz glaube ich bleib mal stehen ich wurde auch genockt okay bleibt mal von der kante weg wir müssen wir müssen in die zone des im weg nur reden kasper jetzt einfach wir ignorieren den kasper jetzt einfach das ist ein problem wartet 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 smokes smokes ich bin raus ich bin raus viel spaß noch ach komm wir pushen einfach jetzt bei denen in die bude rein und machen die zu sau smokes und los wir pushen die ich habe keine ahnung aber wir pushen jetzt auf den dudes zu leute was was mit 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 kommen mit kommen wir machen jetzt rausgeholt ich mach dir jetzt zu saudi ich erzähle jetzt mal was ich auch gekillt ich habe den tüten c4 reingelegt das hat wehgetan scheiße shit leute oh mein gott es tut weh jetzt all or nothing noch vier die duckel platt machen muss ja du bist durch die zone und du bist voll in der sackgasse scheiße aber dafür bist du in der zone vom duckel b8 das ist mir egal das ist scheiße ach dieses spiel macht mich fertig leute ich sag's euch naja du musst jetzt retten du musst noch drei leute platt machen oh ne ey no pressure wer ist besser rest oder ein ganzes team das ist die große frage jetzt naja warte bis sie sich platt gemacht haben na auf jeden fall hä? ballern die aufeinander? was geht denn ab? noch zwei? wir sind so zweit jetzt alles liegt an dir jetzt ruhe ruhe da musst du sich nachladen nachladen nichts reden nur wichtige sachen jetzt sagen nachladen aber hier war ja einfach leute ich hab's ich hab's ich hab's gemacht hey immer diese hä? hä? ganz einfach leute easy peasy lemon squeezy habe ich dir zu sau gemacht die dudes oh das war so gut das war so gut das war so gut oh mein Gott wenn du da war so upset wenn du da war so unter mir informierst das war så hacil